Maschinen erleichtern Arbeit und Leben, aber auch Gefahren lauern. Die tägliche Routine und ständig steigende Ansprüche an die Produktivität erfordern passende und flexible Sicherheitskonzepte, die natürlich auch den Vorschriften und Normen entsprechen. Ein einfacher Nothalt-Taster genügt heute schon lange nicht mehr. Sicherheitstechnik an Maschinen ist heutzutage ein komplexes Thema und essentiell für die Maschinenzulassung in vielen Ländern unserer Erde. Unzureichende Sicherheitstechnik bedeutet ein unkalkulierbares Risiko für Mensch, Maschine und produziertes Gut. Maschinenbauer und Anlagenbetreiber, die auf dem internationalen Markt langfristig bestehen wollen, dürfen hier keine Risiken eingehen. Maschinenrichtlinien, Sicherheitsnormen, Risikobeurteilungen – was ist bei der Maschinenentwicklung, was bei der Modernisierung zu beachten? Wir von Siemens haben dazu kompetente Antworten und umfassende Lösungskonzepte für die Sicherheit Ihrer Maschinen und Anlagen. Safety Integrated bedeutet die Integration sicherheitstechnischer Funktionen direkt in unsere Produkte und bieten andererseits die durchgängige Einbindung in die Automatisierung. Als fester Bestandteil von Totally Integrated Automation bedeutet dies überzeugende Vorteile, wie zum Beispiel geringeren Kosten und weniger Komponenten. Auch einfacheres Engineering und bessere Diagnose. Einfach zu projektieren im TIA-Portal, dem Maßstab für Bedienerfreundlichkeit. Mit clever integrierter Sicherheitstechnik sorgen wir zudem für höchste Produktivität Ihrer Anlagen. Serius Schalttechnik für Sicherheitsanwendungen – die wirtschaftliche Lösung mit breitem Spektrum. Sensoren, modulare Auswerteeinheiten und Aktoren für die einfache Schutztürüberwachung bis hin zur Überwachung von mehreren Sicherheitsbereichen einer Anlage. Auch mit ASI-Safe. Safety integriert in die Steuerungstechnik. Simatix Safety Integrated als skalierbare Lösung. Embedded Automation bis hin zu PC-based Controllern und dezentrale Feldgeräte für jede Umgebung. Mittels Profi-Safe fehlersicher angebunden über Profibus oder Profi-Net. Sogar drahtlos über WLAN. Sicherheitsfunktionen integriert in die Antriebe. Cynamix Umrichter von 120 Watt bis 4,5 Megawatt und jeder Performance. Integrierte Sicherheitstechnik für jede Antriebsaufgabe. Mit Training, Beratung und einer hilfreichen Dokumentation runden wir unser Angebot ab. Das Safety Evaluation Tool hilft Ihnen beispielsweise bei der Bewertung und Dokumentation Ihres Sicherheitskonzeptes. Mit Siemens Safety Integrated können Sie sichere Maschinen einfach und schnell realisieren und das bei höchster Produktivität. Mit der Bewertung und Dokumentation Mit der Bewertung und Dokumentation